Liebe Frauen, liebe Mädchen, meine herzlichsten Glückwünsche zum Internationalen Frauentag. Sie hören, ich bin leicht erkältet, leide furchtbar darunter. Auch da sind die Frauen viel tapferer. Was wir allerdings wirklich brauchen, ist endlich eine Gleichstellung der Geschlechter. Das eine oder andere haben wir erreicht, aber wir sind noch längst nicht am Ziel. Ich mag zum Beispiel den Begriff Frauenberufe nicht, weil das immer heißt, dass sie schlecht bezahlt sind. Wir brauchen nicht nur gleichen Lohn für gleiche Arbeit, sondern endlich auch gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Und wenn wir wieder mehr Kinder haben wollen, dann muss man den Frauen, allerdings auch den Männern, dazu eine Chance geben. Dazu brauchen wir viel bessere Kindertagesstätten, Einrichtungen, Chancengleichheit in der Bildung und eben wirkliche Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, sodass Frauen trotzdem ihre Karriere machen können, ihre volle Berufstätigkeit genießen können und eben auch für sich selbst sorgen können. Unabhängigkeit scheint mir wichtig zu sein. Aber heute sollen sie erst mal feiern. Und wenn sie beim dritten Glas nichts anderes zu tun haben, dürfen sie das auch auf meinem Wohl trinken.